Britische Jungferninseln Die britischen Jungferninseln, Engel, British Virgin Islands, sind ein Überseeterritorium des Vereinigten Königreichs in der Karibik. Regionen Die britischen Jungferninseln bestehen aus 36 Inseln, von denen 16 bewohnt sind. Die vier größten sind, Annegarda-Jost-Van-Dijk-Tortola, Hauptinsel mit der Hauptstadt Rottaun Virgin Garda. Städte 400 BX-Pipe-Symbol-Ride mit 8600 Einwohnern ist die Hauptstadt Rottaun auf Tortola, gleichzeitig die größte Stadt der britischen Jungferninseln. Die zweitgrößte Stadt ist Spanish Town auf Virgin Garda mit etwa 2000 Einwohnern. Weitere Ziele Beef Island Cooper Island Grätkamanö Island Die Insel hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 4,5 Kilometern, ist zwischen 200 und 1400 Meter breit, 150 Meter hoch und durch einen 900 Meter breiten Kanal von Beef Island getrennt. Im Südosten in der Kembe gibt es einige Landestege und ganz wenig Strand, der ist aber von Riffen geschützt und bei Tauchern beliebt. Ein Teil der Kembe und seiner Salzwasser-Lagune ist der jüngsten Nationalpark der Inselgruppe. Wer dort ankern möchte benötigt eine Genehmigung der Nationalparkbehörde. Im Westen der Insel liegt die ehemalige Indigo Plantation. Das Land wurde aufgeteilt. Man findet dort 17 Häuser, einen Tennisplatz und einen kleinen Hafen. Es gibt auf der Insel aber kein Hotel, kein Restaurant und keinen Einkaufsladen. Direkt südwestlich von Grätkamanö liegt die viel kleinere, unbewohnte Insel Little Kamanö. Guana Island In Rijoreki die Insel im Jahre 1975. In der Folgezeit entstanden mehrere luxuriöse Gäste Cottages. Die Hotelgäste können die Insel auf 14 verschiedenen Wanderwegen erkunden. Die Noors Bay und die Weid Bay haben die schönsten von insgesamt sieben Strände, dort befinden sich auch die Hotelanlagen. Nicht eingeladene Gäste sind nicht willkommen. Die Insel erreicht man nur mit einem Wassertaxi. Strände Unterkunft Little Sedge Island Diese 22 Hektar große Insel vor der Südwestküste von Tortola befindet sich in Privatbesitz und kann komplett gemietet werden. Auf einem Hügel liegt das Herrenhaus, direkt am Strand das Gäste Cottage für zwei Personen. Die kleine Insel hat einen eigenen Hubschrauberlandeplatz und einen Bootsanleger. Das zur Anlage gehörende Powerboot steht den Gästen zum Fischen, Tauchen und für Ausflüge zur Verfügung. Daneben bietet die Insel einen großen Pool, Kikes, Segelboote, Tauchausrüstungen, Fahrräder, Tischtennis, Badminton und Volleyballanlage. Nicht eingemietete Gäste mit Segelbooten sind nicht erwünscht. Nur wenige 100 Meter nordwestlich von Little Sedge Island entfernt liegt die Insel Grätsedge Island. Sie ist unbewohnt. Moskito Island Diese 50 Hektar große Insel am North Sound, nördlich von Virgin Garda befindet sich in Privatbesitz von Sir Richard Branson. Sie ist etwa 1150 Meter lang, maximal 500 Meter breit und 77 Meter hoch. An der Südküste befindet sich das Hotel an einem größeren Sandstrand. Der Name geht auf die Miskuito-Indianer zurück, von denen man Spuren auf der Insel fand. Wer ohne eigenes Boot in der Region ist, kann sich vom Gangkrieg abholen lassen. Wer mit Boot kommt sollte beachten, dass der Anleger für Hotelgäste reserviert ist. Zurzeit gibt es Pläne für eine größere Hotelanlage. Das Hotel auf der Insel ist zurzeit geschlossen. Restaurant Normen Island Deutschland diese südlichste der britischen Jungferinseln ist auch als Trier Island bekannt. Ihr wird nachgesagt sie gleiche Stevensons Schatzinsel, wenngleich sie es der Lage nach nicht sein kann. In den Höhlen auf der Insel soll es früher große Schätze gegeben haben. In einem Brief aus dem Jahre 1750 geht hervor, dass die erbeuteten Schätze der Nuestra Senora im Wert von 450.000 Dollar dort geborgen wurden. Heute ist sie ein beliebter Ankerplatz bei Seglern. Aus diesem Grunde gibt es dort das Billy Bones Restaurant und das Veleté Floating Restaurant sowie zwei Bars. Zum Schutz der Umwelt hat man einen Nationalpark eingerichtet. Er würde bis zu den nordwestlich vorgelagerten Inselchen Pelken Island und die Indiens ausgedingt und um fast 4 Hektar Landfläche und 364 Hektar Wasserfläche. Schiffsverbindung Einkaufen Beta Island Die 2,7 Quadratkilometer große Insel befindet sich heute in Privatbesitz von Jua Enterprises, Michigan, USA. Sie hat die Form von zwei fast rechtwinklig verlaufenden Schenkeln. Die West-Ost-Ausdehnung beträgt knapp 5 Kilometer, die Nord-Süd-Ausdehnung 3,5 Kilometer. Die höchste Erhebung ist Igelsnest mit 164 Metern. Im Nordosten an der Spread Bay liegen Hotel und Yachthafen. An der Debens Bay und Weid Bay befinden sich Sandstrände. Ende des 17. Jahrhunderts ließen sich deutsche Sklavenhändler aus Brandenburg auf der Insel nieder. Bevor sie die Insel stärker befestigen konnten wurden sie vom Gouverneur Colonel Kodrington wieder vertrieben. Dänische Pflanzer von der Insel Tortola bauten in der Folgezeit bis zum Ende der Sklaverei zunächst Zuckerrohr und dann Baumwolle an. Im Jahre 1855 bauten Methodisten an der Little Harbor Bay eine Holzkohlefabrik, deren Reste bis heute erhalten sind. 1916 zerstörte ein Wirbelsturm alle Gebäude auf der Insel. Vier Jahre später gab es dort einige Tabakplantagen. Anfang der 1930er Jahre erbaute der englische Diplomat im Ruhestand John Bruyene Elbrus ein großes Haus, welches von ihm und seiner Familie rund 20 Jahre lang bewohnt wurde. Dann zog die Familie nach Tortola um, wo das Unternehmen Little Denmark gegründet wurde. Ende der 1960er Jahre errichtete der norwegische Millionär Peter Smetwig einige Gästehäuser und die Marina mit Clubhouse. Er betrieb das Anwesen rund zehn Jahre lang bis zu seinem Tod. Daraufhin kauften zwei Unternehmer aus Michigan die ganze Insel. Vor der Insel befindet sich der 320 Hektar große Rhone-Marine-Park zum Schutz des Schiffswracks. Der Nationalpark ist auch auf die 13,6 Hektar große Insel der Tchest ausgedehnt. Schiffsverbindung Marina Tauchen Einkaufen Restaurants Restaurants Unterkunft Skrapp Island Skrapp Island liegt nordöstlich von Tortola und Beef Island. Die länglich schmale Insel ist rund 2,5 Kilometer lang und maximal nur 800 Meter breit. Ein Teil der Insel wurde aufgeteilt, zurzeit entstehen dort Wohnhäuser. Für die weitere Inselentwicklung ist ein Hotel mit Marina der Gruppe Menzel Resort geplant, im Bau und fertiggestellt. Um die Natürlichkeit der Insel zu bewahren ist geplant, dass auch in der letzten Ausbaustufe des Hotels niemals mehr als 200 Menschen gleichzeitig auf der Insel sind. Hintergrund 400 BX-Pipe Symbol Ride Die britischen Jungferninseln liegen nur etwa 100 Kilometer östlich von Puerto Rico. Sie bestehen aus 36 Inseln von denen 16 bewohnt sind. Sie liegen alle auf einer relativ flachen, unterseeischen Bank, die fast bis zu 60 Metern unter den Meeresspiegel aufragt. Außer Anegada sind alle Inseln vulkanischen Ursprungs. Die höchste Erhebung der Inseln ist mit 521 Metern der Mount Saga of Tortola. Mitten zwischen den Inseln verläuft der Sir Francis Drake Channel, eine 6 bis 7 Kilometer Breite und nur 10 bis 20 Meter tiefe Wasserstraße. Geschichte Erste Inselbewohner waren auch hier um 2000 v. Chr. vermutlich Siboney Indianer vom nordamerikanischen Festland. Ihnen folgten um 100 n. Chr. Igneri Indianer vom Stamme der Arawaks aus dem Norden Südamerikas. Als zweite Welle der Arawaks kamen um 1300 die Taino-Indianer. Diese wurden von den kriegerischen Karib-Indianern überrannt, die Männer wurden getötet, die Frauen in den Stamm aufgenommen. Auf seiner zweiten Reise entdeckte Christoph Kolumbus die Inselkette und benannte sie nach der heiligen Ursula und ihren 11.000 Jungfrauen. Erst 1555 gab der spanische König Karl V. den Auftrag, die Inseln zu besetzen und alle Indianer dort zu vernichten. Für die Spanier würden diese kleinen Inseln bald ebenso nutzlos wie Aruba und Bonaire ganz im Süden der Karibik. So blieben die Inseln während der folgenden 100 Jahre ohne ständige Bewohner. Zwischen 1585 und 1595 segelte Sir Francis Drake mehrmals zwischen den Inseln hindurch. Auf seiner letzten Reise sammelte er vor Virgin Gorda seine Flotte, um von dort aus die spanischen Stützpunkte auf der Insel San Juan anzugreifen. Außer Francis Drake nutzten in diesen Jahrzehnten auch einige Piraten und Kaperfahrer die vielen Inseln und buchten als Versteck. Einige Inseln wurden nach ihnen benannt. Norman Island erhielt seinen Namen nach einem französischen Piraten, die Setsch-Inseln wurden nach Edward Setsch oder Titsch benannt, der besser als Blackbeard bekannt war. Ab 1628 erhoben die Engländer Anspruch auf die Inselgruppe. Als erste Siedler kamen aber Holländer im Jahre 1643 auf die Insel St. Qua und 1648 landeten sie auch auf Basopas Hole auf Tortola. 1672 begann Dänemark mit der Besiedlung von St. Thomas und St. John. Im gleichen Jahr suchte eine Gruppe von Holländern beim Gouverneur der Levert Islands, Colonel William Stapleton, Schutz vor weiteren Angriffen auf die Inseln. Der Engländer bemächtigte sich gleich der ganzen Inselgruppe und erklärte sie zu englischem Besitz. 1680 einigte man sich friedlich, die Inselgruppe zu teilen. Die westliche Inselgruppe mit zehn Qua, zehn John und zehn Thomas blieb in dänischem Besitz, die östliche Inselgruppe wurde britisch. Im Jahre 1917 verkauften die Dänen ihre Inseln an Amerika, seitdem sind es die amerikanischen Jungferninseln. In der Mitte des 17. Jahrhunderts kam es in England zu Meinungsverschiedenheiten über die Freiheit des Denkens und Glaubens. Die radikale Gruppe dieser Freidenker bildete die Society of Friends allgemein auch als Quaker bekannt. Viele von ihnen wurden wegen ihrer Ansichten verfolgt und wanderten nach Amerika aus. Einer ihrer bekanntesten war William Penn, der nach Pennsylvania ging. 1655 kamen die ersten Quaker nach Barbados, 1727 gründeten sie Kolonien in Tortola und Virgin Gorda, eine weitere entstand auf der Insel Joost van Dijk. Auf Tortola findet man noch heute einen ihrer Friedhöfe. Die Inselbewohner legten Felder an und pflanzten dort Baumwolle, Indigo, Ingwer und Zuckerrohr. Vom Anfang aller Schriftlich-Pflanzen- und Tierwelt Schon die ersten Siedler erkannten den Nutzen des Seifenkrautes, von den Engländern so Peretrie-Seifenbarenbaum genannt. Aus den kleinen, gelben Früchten und aus den Wurzeln gewinnt man Saponien. Mit Wasser vermischt löst es Fett und Schmutz aus der Wäsche. Aus den getrockneten Samen machte man Ketten und Knöpfe. Daneben findet man auf den Jungfernerinseln alle typischen Tropenpflanzen von der Meertraube am Strand über verschiedene Palmenarten hin bis zu Frangipani, Hibiskus und 30 Arten von wilden Orchideen. In vielen Hausgärten findet man Mango- und Papayabäume, Brotfruchtbaum- und Hamarende sowie hohe schattenspendende Karpockbäume. Wegen der kargen Böden und geringen Niederschläge findet man überall auf den Inseln Kakteen wie Türkenhut und Fasskaktus sowie Aloy. Auch die Tierwelt ähnelt der von anderen Inseln. Man findet dort Kolibris und Tauben, Enten, Reier und Möwen, Fregatvögel und den grauen Pelikan. Der Bananaquid oder Yellowbird ist der Nationalvogel der Inseln. Auf der kleinen Insel Guana Island wurde der rosa Flamingo wieder heimisch gemacht. Außer einigen verwilderten Eseln, Pferden, Kühen und Mongos gibt es keine wilden Säugetiere auf den Inseln. Dafür findet man häufiger Eidechsen, Frösche und ganz selten den Guana. In den Abendstunden kann man verschiedene Arten von Fledermäusen beobachten. Zu den gefährdeten Tierarten gehören auch hier die Meeresschildkröten und auf der Insel Anigada der Rock-Iguana. Da die Niederschläge verhältnismäßig gering sind und immer ein stetiger Wind weht, ist die Mückenplage keine richtige Plage. Auf den Inseln findet man verschiedene Arten von Schmetterlingen. In den Küstengewässern trifft man Meeresschildkröten und vorbeiziehende Wale sowie über 200 verschiedene Fischarten, verschiedene Muscheln und auch den Lobster. Plantagenwirtschaft In der Vergangenheit wurde mehr Land bestellt als heute. Die angebauten Agrargüter reichten für die Versorgung der Inselbevölkerung, ein Teil konnte sogar exportiert werden. Heute wird weniger als ein Drittel der Nahrungsmittel im eigenen Land produziert. Das Gemüse auf den örtlichen Märkten wird nur saisonal angeboten und ist zeitweise teuer. Selbst der Anbau von Zuckerrohr wurde eingestellt und für die Rumfabrikation muss Zuckerrohr von der Insel Saman gekauft werden. Caribbean Corner Spice Factory, Fish Bay Factory, Fish Bay und Crafts Alive Village, Rottaun, Tortola. Diese Fabrik bezieht ihren Rum von Erendel. Er wird mit Gewürzen gemischt und als Erendel Spiced Rum mit 43% Alkohol vertrieben. Im August 1740 erteilte Admiral Edward Vernon den Befehl an die britische Marine, jedem Seemann an Bord eine tägliche Ration Rum zuzuteilen. Dies wurde so bis 1970 durchgeführt. Seitdem kaufen die Proviantmeister, Engel, Purser, in den Häfen ihre Rumrationen. Aus dem Namen Purser wurde er im Volksmund Busser. 1979 erhielt Charles Tobias als Gegenleistung für eine großzügige Spende an den Pensionsfonds der Royal Navy die Erlaubnis, aufgrund dieses alten Marine-Protokolls Rum herzustellen. Seitdem wird in Tortola 47% Eiger Rum unter dem Markennamen Pussers Nevi Rum abgefüllt. Seit 1991 wird an der Bruas Bay von Tortola ein Tortola Spiced Rum abgefüllt, dessen Grundlage Erendel Rum ist. Auf der Insel Joost van Dijk steht in Green Harbor die Foxys Temerend Bar. Dort wird unter einem privaten Markennamen Foxys Firewater gemischt, ein Rum von der Caroni Destillerie in Trinidad mit 43% Alkohol. An gleicher Stelle kann man Silver Fox kaufen. Dieser Rum kommt von der gleichen Destille und wird dort auch schon in Flaschen abgefüllt. Mit 43% Eiger Rum aus Antigua werden einige Unternehmen auf den Inseln beliefert, die daraus ihren eigenen Rum abfüllen. Feingold Rum, The Last Resort, Trellis Bay, Feingold Rum, The Bitter End Yacht Club, Virgin Gorda. Politischer Status Die Inseln sind eine britische Kronkolonie. Seit Inkrafttreten der neuen Verfassung im Jahre 1967 wird die Inselverwaltung von einem Gouverneur als Vertreter der Königin angeführt. Seit April 2006 ist dies seine Exzellenz David Biray. Er hat direkten Einfluss auf das Militär, außenpolitische Angelegenheiten, die innere Sicherheit und den öffentlichen Dienst. Er führt die Verwaltung an und ist oberster Gerichtsheer. Er hat den Vorsitz im Executive Council, dem der erste Minister, der Generalstaatsanwalt und drei weitere Minister angehören. Das Inselparlament hat 15 Mitglieder, 13 werden alle vier Jahre gewählt, die beiden anderen sind der Sprecher und der Generalstaatsanwalt. Wasserversorgung Das Trinkwasser kommt zu einem Teil aus Tiefbrunnen, dann ist es gefiltert und kloniert. Zum anderen gibt es in Rottaun, Westend und Virgin Gorda Meerwasserentsalzungsanlagen. Auf Virgin Gorda wurden die ersten beiden Anlagen dieser Art im Februar 1994 in Betrieb genommen. Vorher gab es dort kein Leitungswasser. Zusätzlich kann man Quellwasser der Marken Naturalspringvoter in den Supermärkten kaufen. Mit dem Flugzeug der wichtigste Flughafen der Inseln ist der Terrence B. Letz am International Airport, 9 Kilometer östlich von Rottaun. Es gibt keine Direktverbindung nach Europa. American Eagle und Cape erfliegen den Flughafen von San Juan auf Puerto Rico aus an, Wiener von St. Marten und Liat von Antigua und St. Marten. Weitere Flugplätze befinden sich auf den Inseln Anigada und Virgin Gorda. Mit dem Schiffes bestehen regelmäßige Fährverbindungen zwischen Rottaun und den amerikanischen Jungferninseln. Die Überfahrt dauert 45 Minuten. Innerhalb der britischen Jungferninseln gibt es ein verhältnismäßig dichtes Netz von Schiffsverbindungen. Mobilität Auto, das Straßennetz der Hauptinsel Tortula ist gut ausgebaut, wenn auch sehr kurvig. In der Hauptstadt Rottaun verläuft eine mehrspurige Schnellstraße entlang der Küste. Autovermietungen gibt es auf mehreren der größeren Inseln. Achtung Linksverkehr! Wer auf den britischen Jungferninseln Autofahren möchte braucht einen nationalen Fahrausweis. Gegen Vorlage des eigenen oder internationalen Führerscheins erhält man bei Autovermietern oder bei dem Traffic Leasing Office eine angeschränkte Fahrerlaubnis. Der Preis liegt zurzeit bei 10 US-Dollar. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in Ortschaften 20 Meilen, 32 Kilometer pro Stunde. Außerhalb darf nicht schneller als 40 Meilen, 64 Kilometer pro Stunde, in der Stunde gefahren werden. Flugzeug! Zwischen den Inseln Tortola, Virgin Garda und Anegada bestehen regelmäßige Verbindungen mit Kleinflugzeugen. Schiff! Es gibt Fährverbindungen zwischen allen 36 bewohnten Inseln, von denen einige jedoch nicht regelmäßig bedient werden. Zudem können Boote unterschiedlicher Art gemietet werden, beispielsweise bei Windward Islands. Sprache die Amts- und Kommunikationssprache ist Kaufen obwohl die Inseln ein britisches Überseegebiet sind, ist ihre offizielle Währung der US-Dollar. Es gibt keine größeren Einkaufszentren auf den Inseln. Im Zentrum von Rottaun findet sich eine Vielzahl kleinerer Geschäfte. Auf den anderen Inseln existieren lediglich einige Souvenir-Shops und Supermärkte. Carina Collection, Korallenschmuck Figuren aus Korallenkalk Geflochtene Körbe und Taschen Gewürze Bussas Rum, Flasche 9,95 US-Dollar Seidenmalereien Küche Etwa zwei Drittel aller Inselrestaurants bieten die gleichen Grundgerichte an, gebratenes Huhn, Konkmuscheln, Fisch und Hummer. Zu vielen Fischgerichten im Kreolenstil erhält man eine westindische Soße, sie besteht aus Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch. Die Inselküche bietet Steak in Rumsoße oder Hühnchen mit Kokosraspeln. Tanja ist kein Mädchenname, sondern eine lokale Süßkartoffelart. Überall erhält man Roti, indisches Fladenbrot, gefüllt mit Hühnchenfleisch oder Kriegulasch. Eine Nationalspeise sind auch Patties, in Öl gebackene Pasteten, die mit stark gewürztem Rindfleisch, mit Hummerfleisch oder mit Fisch gefüllt sind. Als Nachspeise sollte man unbedingt Mango-Eiscreme probieren. Nachtleben Es gibt eine große Zahl an Kneipen, Bars und Clubs in Rottaun. Unterkunft Das Hotelangebot auf den Inseln ist nicht sehr umfangreich, es gibt auch keine überproportionierten allinklusive Anlagen. Die Übernachtungspreise sind allgemein aber kaum bezahlbar. Lernen Halavati Stout Community College, HLSCC, Barakita B Campus, Telefonnummer 494-4994, Fax 494-4996. Diese Lehranstalt ist Teil der University of the West Indies, UWE, und der University of the Virgin Islands. Sicherheit Die Jungferninseln haben eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in der gesamten Karibik. Die Regierung unternimmt alles, um dies auch in Zukunft so zu erhalten. Gesundheit Es gibt ein Krankenhaus in Rottaun sowie kleinere Krankenstationen auf Joost van Dijk, Virgin Garda und Anegada. Klima Das Klima auf den britischen Jungferninseln ist subtropisch mit einem Jahresniederschlag von 1150 mm. Aufgrund ihrer geografischen Lage sind die Inseln zwischen Juni und November gelegentlich von Harikens betroffen. Die Hurricane Hugo, Louis und Marilyn richteten in den 1990er Jahren auf den Inseln große Schäden an. Landkarten britisch Virgin Islands, 1 zu 63.360, Ordnance Survey, Edition 3, 1991, SBN, 0319-250-695, Virgin Islands, 1 zu 80.000, Bernson & Bernson Publications, SBN, 3928-855-17-4 Landkarten Landkarten Landkarten